Willkommen zurück zu New Super Mario Bros und willkommen auch zum ersten Part in der letzten Welt dieses Spiels. Und ja, Welt 8 wie in so gut wie jedem New Super Mario Bros, einfach die letzte Welt. Und ich bin gespannt, ob wir viel strugglen werden, ob wir es mit Leichtigkeit hinbekommen werden, denn die Welt ist nicht sonderlich groß, also im Vergleich zu Welt 7 zumindest. Das kann man auf jeden Fall im Vergleich sehen, dass es... Oh, okay, gut. Ich würde jetzt gerne... Das war eigentlich nicht geplant, auf den Dude da jetzt rauf zu... dahin zu stampfen, weil... Dann konnte er schön in welcher... Oh! Okay. Die Raben könnten ein Problem werden. Genauso wie die Raketen und alles andere, was hier rumfliegt. Ach du Scheiße. Oh oh. Oh Gott. Äh... Ja, ich wollte eigentlich mein Item einsetzen. Oh. Danke. Aber ich glaube, hier ist ein Item drin. Ja, moin. Let's go. Okay. Ich muss mich auch auf die Star Coins konzentrieren und vielleicht auch auf Secret... Bruh. Bruh. Secret Exist würde ich sagen, aber okay. Ach, ernsthaft? What the fuck? Ah, ne, warte. Ich weiß, was das ist. Oh! Hallo, nimm es. Nimm das Sampolin. Okay, perfekt. Ich glaube, das war hier, ne? Weil sonst würde das hier nicht hier rumstehen. Oh. Ja, als ob. Wie geil. Oh nein. Ich hab so Angst, ey. Ohne Scheiß. Okay, weil auf die Rakete warten, den Raben abwarten, dann da hinspringen. Ey, das ist... Welt... Okay. Ich hab schon... Ich glaub, ich hab mal irgendwann gesagt, Welt 8 hat nicht viele Level, aber wird schwer wahrscheinlich. Also, ich wusste es nicht, aber hab spekuliert. Oh, Checkpoint. Das ist geil. Okay, okay. Perfekt. Jetzt einfach nur aufpassen. Es hat einfach alles wieder hier. Es hat Geister, Raketen, neue Elemente wie die Raben zum Beispiel. Also, Hut ab. Ah, das war dumm. Ich hätte hochspringen müssen. Oh mein Gott. Wie komm ich da hoch? Mit der Rakete wahrscheinlich, ne? Ach du Scheiße. Ja, so nicht auf jeden Fall. Okay, okay. Struggle is... Fuck. Hör auf. Muss hier... Oh, das war klar. Jetzt bloß nicht... Ach du Scheiße, Bro. Was tue ich? Nein! Ich hätte einfach nur stehen bleiben müssen. Obwohl... Ne, die Antigroße Rakete wäre auch noch gekommen. Ja, okay. Egal. Bitte irgendein geiles Item. Vielleicht ein Stern oder so. Kann ich ein bisschen durchhassen? Oh fuck. Ich hätte die... die Blume einsetzen sollen. Oh shit, nein, nein, nein. Geh nicht vorbei. Gleich hier. Oh, das ist geil. Das ist ganz geil. Das ist richtig geil. Let's go. Bam, 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 bam. Alles durch. Also ob ich nicht hochkomme. Oh ho. Lol. Wie geil. Einfach das Level so durchgespielt. Okay, gut. Was ich aber vergessen habe zu machen, ist die Secret Exit Liste zu öffnen. Denn ich weiß nicht, ob es hier Secret Exits gibt. So, wir scrollen runter. Und anscheinend gibt es in Welt 8 keine Secret Exits. Okay. Dann ist es rein. Wahrscheinlich auf die Schwierigkeit bezogen. Oder der Fokus liegt auf der Schwierigkeit wahrscheinlich. Und auf den Star Coins. Aber dass wir da gerade den Riesenpanzer bekommen haben, das ist schon ganz geil. Weiter geht's mit 8.2. Bin gespannt, wie weit wir kommen. Ich denke, das Let's Play neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir sind ja in der letzten Welt und wir sollten bisher alle Star Coins... Also das Let's Play... Also ich wollte ja so viel... Ich wollte jeden Star... Genau. Jede Star Coins und jeden Secret Exit bekommen. Und ich glaube, das haben wir bis jetzt. Und das Level hier verstehe ich nicht ganz. Das ist, glaube ich, eins, das ich früher schon ein bisschen gestruggelt habe. Ich wollte hier aufpassen. Okay. Ich glaube, das war nur ein Vorführeffekt, was das ganze Level macht. Sag nicht, ich brauche einen Minipilz hierfür. Wahrscheinlich schon, ne? Ah, Kacke. Aber die Dinger kennen wir schon aus Welt 3. Von der Strandwelt. Aber auch nichts allzu kompliziertes hier. Obwohl da unten vielleicht... Ja, ja, okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Minipilz für irgendwas. Dann versuche ich den gleich mal aufzutreiben. Wo soll ich hier runter? Wo soll ich... Wo muss ich hier runter? Okay, besitzbar... Habe ich alles falsch? Okay, das... Okay, ich merke mir rechte Seite. Was ist hier die Röhre? Kann ich da rein? Ne. Okay, wir merken uns, wir brauchen Minipilz. Wir hätten da die rechte Seite runter gemusst. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Da, safe rein, oder? Ja, okay. Was ist das? Starcoin? Fragezeichen? Maybe? Oh mein Gott. Was bringt mir das hier? Ist ja gar nichts. Ja, wow. Ah! Oder? Ja, guck, guck. Okay, das wird die zweite sein, weil die erste war hundertprozentig beim Minipilz. Es ist die letzte? Was? Achso, ah, stimmt. Okay, erste Minipilz, zweite... Ja, moin. Zweite beim... Äh, da, wo wir rechts runter... Rechts runter gemusst hätten und nicht links oder in der Mitte, wo auch immer wir durchgegangen sind. Ja, okay, gut. Jeet. Perfekt. Dann werde ich mal eben einen Minipilz auftreiben. So, da hätten wir den Minipilz und jetzt mal gucken, wie es läuft. Ob ich direkt alles bekomme, das wäre ganz geil. So. Okay, hier waren keine Power-Ups, wir brauchen auch noch keinen Power-Up, wir wollen ja klein bleiben. Und möglichst versuchen, nicht zu sterben. Hab Angst. Bitte nicht. Nein! Oh, holy shit. Ich dachte, ich komme nicht hoch und fall wieder runter. Okay, okay. Äh, was war die Mission hier? Ganz nach links einfach erst, oder? Oh, ich hab Angst vor denen. Oh, es sind drei Stück. Ah, scheiße. Vier! Okay. Oh mein Gott, alle hier. Oh mein Gott. Niemals! Alle waren links. Alle waren links. Hey, what the fuck? What the fuck? Wollte ich mich verarschen? Ach, du scheiße. Ich hab Angst. Ey, die sind so klein, ich werd die niemals treffen. Wo muss ich hin? Ah! Äh, ah. Ey, scheiße. Lol. Ah! Das waren alle, oder? Ja, okay. Als ob das keine Starcoin gibt hier. Was? Wollte ich mich verarschen? Wofür hab ich mir da den scheiß Minipilz geholt? Ernsthaft? Keine Starcoin? Äh nicht. Eh nicht. What? Als ob das keine Starcoin war. What the hell? Ja, wow. Okay, wir wurden wieder mal getrolled. Wir brauchen den Minipilz gar nicht. Wir können das Level ganz normal machen. Ohne irgendwelche Spezial-Items. Denn die Starcoin, die auf der rechten Seite bei diesen Blöcken war, das war nicht die erste. Doch, das war die erste, genau. Das war die erste. Und die zweite hätten wir schon easy bekommen können. Aber wir sind zu früh nach rechts gegangen. Wir hätten noch hier oben. Ne, warte, das war nicht hier. Das war noch eins weiter. Genau, hier war das. Das war ja noch ganz easy. Genau, dann geht man hier rein. Und jetzt holen wir uns erstmal hier die Starcoin, die erste, auf der rechten Seite. Weiß ich genau, wo die war. Doch, genau hier. Einfach nach unten. Bam. Hätte man die... Das war die, das wäre die erste. Dann geht's hier weiter. Und ihr glaubt jetzt... Also, ich denke, ihr könnt euch vielleicht denken, wo die ist. Weil die kann nirgendwo anders mehr sein sonst. Aber jetzt geht's... Okay, warte, ich warte lieber kurz. Ich will jetzt hier nicht irgendwann irgendein Risiko eingehen und alles verlieren. Ach komm, ey. Hier ist sie. Wollte mich verarschen. Nein! Okay, gut. Vielleicht darf ich da nochmal... Muss auf das Ding... Auf die Dinger drauf springen, eigentlich. Oh mein Gott. Nein, ich bin zu klein, als ob. Okay, gut. Dann probieren wir uns mit der Blume halt. Aber jetzt bitte nicht verkacken, das ist ja ganz geil. Ihr lebt da einer noch? Okay, ich brauche mindestens einen. Scheiße. Wenn der jetzt stirbt, dann will ich nicht. Jetzt wird hier rein. Was ein Struggle. Was ein Struggle. Holy moly. Okay, jetzt hier nur wieder nicht... Ganz okay. Ja, wir haben sie getrappt. Ja, wir haben sie getrappt. Wir haben sie getrappt. Outplayed. Outplayed. Let's go. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir in dem Part hier noch den Tower. Und dann... Ja. Reicht das für den ersten Part der letzten Welt? Das klingt so komisch. Der erste Part der letzten Welt. Nice. Wir kriegen sogar ein Spezial-Item. Wann haben wir ja alles? Ja, okay. Huh. Okay. Let's go. Okay. Nein. Hallo. Wie sollte man das Teil denn erwischen? What the fuck? Ja, okay. Egal. Geht auch ohne Sinn. Bitte sei eine Blume. Ja, danke. Oh. Nein. Nein. Oh. Ach du Scheiße. Wenn man einfach fast an Knochen trocken stirbt. Ey. Wie soll ich denn da hinkommen? Achso. Lord. Ich hab nicht gesehen, dass die Plattform ganz nach links geht. Aber egal. Äh. Gucken wir hier. Okay. Das war die erste. Das ist die erste direkt so close. Am Anfang ist es schon... Weil gerade eben war sie ja... Weil es gab auch Level schon, wo sie einfach nur komplett ganz am Ende war. Ja, das war knapp. Ich glaube, ich hätte rechts durchgemusst. Kann das sein? Nee, war gar nichts okay. Wäre, glaube ich, nur eine Abkürzung oder sowas gewesen. Okay. Da haben wir nur drei Blöcke. Hör ich, hab das berührt, was? Ähm. Hatebox, hallo? Ach du Scheiße. Ah, ich muss mich schieben lassen. Okay, das ist machbar. Warte. Aber oh mein Gott, nein. Hä? Bro. Oh mein Gott, als ob der... Es ist passiert. Come on. Ich stell mich direkt so hin. Lol, es stoppt da sogar. Oh mein Gott. Ich dachte, es geht... Ich dachte, der Nintendo ist halt ultra-assi und es geht da weiter. Bin ich denn dumm? Bin ich denn dumm? Ach du Scheiße. Ich dachte, ich könnte da... Hä? What? Lol. Wie assi ist da... Oh mein Gott, nein. Trifft es mich? Bitte sag nein. Oh, Alter. Nervenkitzel. Ja, es kommt. Ja, das war die zweite. Perfekt. Warum bin ich so dumm? Warum bin ich so dumm? Warum nehme ich mal das Last? Das ist das... Warum... Warum gehe ich so ein Risiko die ganze Zeit ein? Ey, Scheiße. Wie soll ich denn da hinkommen? Ohne getroffen zu werden. Ohne getroffen zu werden. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber es könnte eventuell funktionieren. Na, oder? Scheiße. Ja, okay. Perfekt. Okay, okay. Jetzt hier durchschieben lassen? Ja, mein Gott. Perfekt. Okay, weiter geht's. Ah, hier. Ich bin kurz vor dem Checkpoint gestorben. Als ob. Gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ah, Hilfe. Warte, da links ist doch safe was. Erzähl mir kein. Wie komme ich da hin? Als ob hier nichts ist. Wo ist denn die Starcoin? Es fehlt noch eine. Ach, oh, 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 oh. Okay, vielleicht. Ah, bitte. Okay. Ich denke mal, das muss hier hin. Soll ich das etwa hochnehmen, das Rampolin? Oh, imagine ich wäre dadurch gestorben. Okay, warte, ich nehme es mal. Ich kann das gar nicht mitnehmen. Hä? Ich kann es gar nicht mitnehmen. Hä? The fuck? Das verstehe ich jetzt nicht. Wo ist dieses... Ach, da. Oh, lol. Ähm. Ich glaube, die Knochen... Wo ist der Block hin? Hä? Ah, ich dachte schon, es kommt keiner mehr. What the fuck? Okay, warte, ich brauche den. Hä? Haha, getwreckt. Okay, wollen wir Bowser Jr. mal als Super Mario ohne irgendwelche Fähigkeiten machen? Na komm, machen wir. Mit Feuer, als ob. Und wie klein ist die Stage, bitte? Oh, scheiß, ich wollte die Stammfahrtacke machen, aber verkackt. Shit, shit, shit. Ey, das Feuer ist nochmal zusätzlicher Stress. Mach doch Stammfahrtacke, Bro. Er wird... Er wird, er wird, er wird dead. Er wird so dead. Oh Gott. Oh shit. Was ein Lappen. Haha. Hat er sich selbst getroffen mit dem scheiß Panzer gerade? Ach so, aber ich hatte ultra Glück, weil sich das Ding ja eigentlich bewegt links von mir. Da war ich mal wieder lucky. Nintendo mag mich mal wieder. Sehe ich das richtig, dass es nur noch drei Level gibt? Mit dem Schloss? Als ob. Ist es einfach fast fertig? Okay. Wenn alles rund läuft, ist der nächste Part der letzte. Aber ich weiß ja nicht, wie die Level sind. Vielleicht sind die auch ultra schwer und ich werde mehrere Parts dafür gebrochen. Aber egal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, da abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.